Hallo zu Teil 3 vom ZDF Fernsehgarten mit Antonia aus Tirol. Jetzt ging es richtig zur Sache bei den Spielen, wie ich mit meinen Flossen in der Gegend rumwatsche. Das war schon wirklich lustig. Es war ein harter Kampf, aber eins kann ich euch sagen, das Singen macht trotzdem noch am meisten Spaß. Hey, was geht ab? Meine neue Single. Hallo, hier ist Antonia aus Tirol und ich frage euch, hey, was geht ab? Und ich sag hey, 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 ich sag hey, hey, was geht ab? Und der viertel und letzte kleine Folge zugleich.